Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, ordentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Feuerflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden nach. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dich bei uns bleiben. Ja, sicher. Ja. Wartet mal. Da vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können. Kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Unser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen. Auf die Knie. Du scannst sie. Ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Sie ist Ramirez auf Sektor 12. Er bitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sie ist doch mal so, dass ihr könnt ihr sich richtig liefern. Bleib still. Geh genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh, mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und dass ihr lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulösen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub es nicht. Scheiße. Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Oh, Scheiße. Weiter, hier unten verhübt. Mir nach. Schnell. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Okay. Hier. Lauf. Lauf. Lauf von dem Licht weg. Ellie, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Ja. 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 Verdammt, sie sind überall. Verdammt, da. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Schönen Sie gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind sie wirklich hier langgekommen? Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Da los, kleine. Lauf der Dschungel. Ich bin. Siehst du irgendwas? Alles klar hier. Und wie ist es da vorn? So weit, so gut. Okay. So weit, so weit, so weit. So weit, so weit, so weit. 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 So weit. So weit, so weit. So weit, so weit. So weit, so weit, so weit. So weit, so 있는데 put Blau. So weit, so weit, so weit, so weit, so weit. So weit, so weit, so weit. So weit, so weit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da sind mehr Lüchter Mist! Mist! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Werden wir uns weiter verfolgen? Wir sollten zumindest nicht hier warten. Bleib unten. Bleib still. Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wirkt so anders. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Wie sieht es aus? Hier müssten wir durchpassen. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abrechnen uns durch die erste Richterstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstand. Zu den Vorstreuen. Bleib im Dunkeln. Okay. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas brauchbares ist. Na klar, Boss. Tess, hier lang durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib nicht dran, Annie. Okay. Oh, warte, warte. Lot. Samin, sie rufen uns zurück. Zurück zum Weih. Ihr habt's gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie... hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lange. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Meine Güte. Wo sehen die Häuser also vom Namen aus? Die sind zu groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich suchen. Äh, was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Lang aber als wär's weit weg. Wirst du... Äh, sind wir sicher? Vorerst. Na los. Mann, ist ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja. Wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? Ich weiß. Jetzt ist es nur noch Brache. Hopp. Hopp. Hier drüben. Hey, Tess. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Noch einer. Nichts. Die hat wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Gott, verdammt, Glicker. Oh Mann, was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelang Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Friedermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, verschöpf dich. So ordnen sie dich. Mist. Geht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Nichts passiert. Alles ist total okay. Hilf mir hier mal. Danke. Ist du okay? Nichts passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße! Oh, das war heftig. Oh, du sagst das. Hier, verarzt sie dich. Vielen Dank. Oh, du sagst das. 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 Guck. Sehr, du sagst das. Okay. Wann wird, dass wir hier wegkommen? Da oben! Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine. Du bist dran. Los, komm. Okay. Komm, na los. Okay. 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 Scheiße. Okay. Los, los, los. Okay. 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 Da können wir raus, über das Gerüst. Ich glaub, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los.